Hallo liebe Freunde meines Kanals. In diesem Video geht es um ein Update zum Piehole Upgrade. Ihr wisst, ich habe vor einigen Monaten schon ein Kurzvideo gemacht zum Thema Piehole Upgrade. In der Zwischenzeit habe ich einige Stimmen vernommen, wo zu hören war, ich habe das versucht, aber es hat nicht geklappt. Entweder ist es auf einem alten Release stand geblieben oder der Kontakt oder die Anmeldemöglichkeit zum Piehole ist verloren gegangen und man muss es neu anlegen oder es ist in der Bootloop gelandet, was auch häufig vorkam. Und das hat mich dazu veranlasst, hier nochmal nachzuschauen. Und tatsächlich ist es so, wenn man von einem zum Beispiel, und ich werde das gleich auch demonstrieren, Piehole Release 5.1.2 auf die aktuelle neueste Release per heute, Video Recording, am 08.10. sich anschaut, dann gibt es da ein Problem. Und genau das schauen wir uns gleich mal an. Ich habe uns hierfür, wie im Kochstudio, schon mal ein Upgrade-Test-Piehole angelegt. Und zwar ist der auf dem alten Release, älteren Release, 5.1.2. Wenn ihr auf 1.3 seid, ist das auch genau das gleiche Thema. Also schauen wir uns das ganze Ding mal genauer an, was wir hier vor uns haben. Das ist also das ältere Release und ich werde das Ganze jetzt insofern nochmal zum Upgrade schicken, indem ich hier den Image-Namen auf Latest ändere, so wie es hier vorgeschlagen ist. Und wir lassen es einfach mal durchlaufen und schauen uns an, was hier gleich passieren wird. Ich nehme keine anderen Änderungen vor, außer, dass wir hier auf das neueste Release wechseln. Deploy the Container, Replace und auf geht's. Das ganze Ding lädt jetzt praktisch das neueste Release runter aus dem Web. Und dann wird der Container neu gestartet. In ein paar Sekunden sehen wir dann das Problem. Wir schauen uns mal an hier. Das ist mein produktiver RAR-Docker-Host. Was hier gerade passiert. Also wir sehen hier, der Upgrade-Test ist im Modus Starting. Und ich kann hier jetzt ein paar Mal auf Update klicken und ihr seht, es ist auf Running gesprungen. Und nach ein paar Minuten, Sekunden, sieht man, das geht wieder auf Starting und dieser Vorgang wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. So gut, so schlecht. Also schauen wir uns mal die Logs an. In den Logs steht ja immer die Wahrheit. Ärgerlicherweise ist es hier immer oben und dann entsteht, wird das Upgrade auf das Ende. Das vermeintliche Ende des Log-Files. Und so kommt man eigentlich nie zum Zuge, das mag ich nicht durchzulesen. Also hier, wenn ihr euch das anschauen wollt, Auto-Refresh-Logs mal ausschalten. So, was finden wir denn hier vor? Das Log wird immer lang und länger. Ist jetzt aber erstmal nicht schlimm. So, also wir haben hier sowas wie den letzten Start. Sagen wir mal hier Done. Okay, dann geht das hier wieder los. Exited Zero. Aha, Exited, schon mal keine gute Idee. Dann wird irgendwas Applied. Dann werden irgendwelche Sachen gefixt. Dann werden andere Sachen gemacht. Immer noch Return Code Null. Und dann heißt es hier, Sending all processes, the kill signal and exiting. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Also das ist ja nicht so toll. Sending all processes, the term signal, also terminate. Waiting for services, Done. Container, Tod. Dann fängt er an, neu zu starten. Und guckt sich das Ganze nochmal an. Executing container finish scripts. Also der neue Start passiert. Es wird ein start.sh ausgeführt. Exited 1. Also wir haben einen falschen Return Code. Irgendwas ist schief gelaufen. Und hier kommt die Fehlermeldung. Slash start.sh, line 57. Und jetzt hier kommt's. Slash root, slash ph underscore install.sh. No such file or directory. Wo um Himmels Willen mag jetzt also unser Piehole beim Start diese Datei herhaben wollen. Und wenn man ein bisschen in die Tiefen der Geschichte reinschaut, dann sieht man hier eine Environment Variable, die heißt piehole underscore install. Und die verweist auf genau dieses Shell Script, was da ausgeführt werden soll. Und das gibt es offensichtlich nicht mehr. Das zeigt uns also, wenn man sich hier auch den Rest dieser Environment Variablen mal anschaut, dass hier trotz des Upgrades alter Kram mitgeschleift wird. Das heißt, obwohl wir hier Redeploy machen, bekommen wir hier alte Werte. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey Jürgen, du bist ja echt doof, da gibt's doch Recreate. Ja, gibt es. Aber da passiert genau das Gleiche. Recreate heißt einfach nur, ich gehe nicht in diesen Duplicate Edit Modus und kann hier nichts editieren, sondern es wird einfach der alte Container weggeworfen und ein neuer installiert. Aber Container ist halt clever oder will clever sein und rettet uns die ganzen Umgebungsvariablen. So, jetzt haben wir natürlich hier einen Piehole Container, der sich hier zwischen irgendwo so als Zombie hin und her bewegt, zwischen, ja, ich laufe ja so ein bisschen, mir geht es nicht so gut. Ja, also wie bekommen wir den dahin, dass er hier wieder healthy anzeigt, wie alle anderen auch. Ganz einfach. Es ist nämlich alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir haben nämlich, und da wollte ich jetzt nochmal kurz darauf hinweisen, die Möglichkeit, hier rein zu springen, nochmals Duplicate Edit zu sagen, also wenn Ihr einen Container in dieser Situation habt und diesen Container dann zu editieren. Im Übrigen würde ich nochmal kurz darauf hinweisen, total wichtig ist, dass Ihr den Piehole so installiert, wie ich es in diesem Video, Link hier, gezeigt habe. Denn da lege ich großen Wert darauf, dass wir die Volumes aus dem Container rausbewegen auf ein persistentes Medium. Das heißt, wir haben hier praktisch die wichtigsten Daten, die unseren Piehole Container praktisch ausmachen, raus auf die Synology rausgelegt. Wichtig! Wenn das nicht der Fall ist, habt Ihr sowieso schon Eure ganze Konfiguration beim letzten Schritt verloren. Also, hier drauf achten und dieses Video anschauen. Gut, also, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, kann man sich behelfen oder man kann den Schritt, den ich jetzt zeige, auch von vornherein machen. Ich zeige Euch das gleich mit meinem Live Piehole. Wird spannend. Also, Ihr geht hier praktisch auf ENV, also auf Environment und wenn Ihr Euch nicht traut, hier das zu machen, was ich Euch gleich zeige, dann tut wenigstens Folgendes. Löscht hier diese Environment Variable Piehole underscore install weg mit. Im Prinzip könnt Ihr hergehen und alle Environment Variablen löschen, so wie ich es hier gerade zeige. Das geht gut, kein Problem, denn die werden vom Installationsskript alle neu angelegt. Und das ist auch eigentlich der richtige Weg, denn offensichtlich sind ja einige Sachen obsolet, die da als Environment Variablen drinnen stehen. und wenn wir die loswerden wollen und zu loswerden können, ist das das Richtige. Also, ich sage jetzt hier Deploy the Container. Replace. Ja, ja, ja. Das kommt hier manchmal vor. Das kommt dann vor, wenn das Ding gerade wieder in einem komischen Status ist. Im Hintergrund. Nur nicht verunsichern lassen. Einfach das Ganze wiederholen, bis es klappt. Ja, also alles nicht so schlimm. Oder alternativ hergehen, falls es überhaupt nicht will. Einfach hier auf Container gehen, den Piehole Upgrade Test Dingerich markieren, stoppen. Weil Parallel ist jetzt auch anscheinend ein bisschen durcheinander. Dann hier reingehen. Duplicate Edit. Environment. Die ganzen Variablen löschen. Wie gesagt, kein Thema. Alles nicht so schlimm. Deploy. Und auf geht's. Jetzt kommt auch diese Meldung nicht. Container successfully created. Genau, und hier seht ihr jetzt Starting. Und im Unterschied zu vorher werdet ihr sehen, dass das ganze Ding gleich bei Healthy auftaucht. Man sieht, das ganze Installationsmimik scheint schon ein bisschen länger zu laufen als vorhin. Aber hier nur nicht ungeduldig werden. Und hier haben wir ihn unter Healthy am Laufen. Proof of the Pudding. Genau. Wir schauen jetzt mal ganz kurz nach, was er für eine IP-Adresse bekommen hat. Aha, 0.67. Ich mache einen neuen Reiter auf. 192.168.0.67. Proof of the Pudding. Und hier haben wir einen funktionstüchtigen Piehole. Alles in Butter, würde ich sagen, oder nicht? Also gehen wir mal her und jetzt mache ich folgendes. Ich mache hier mal zu. Stoppe das ganze Ding hier. Gehe auf meinen produktiven Piehole. Das ist der Piehole-Bindenstrich 2. Gehe auf Duplicate Edit. Piehole Latest stimmt schon. Environment. Und ich bin hier radikal. Zack, 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 zack. Deploy the Container. Replace. Starting. Jetzt geben wir dem Ding Zeit. Und ihr werdet gleich sehen, der taucht gleich bei Healthy auf. So, da ist er. Piehole-2 healthy. Proof of the Pudding. Ah, Moment. Erst noch mal schauen, was er dann für eine IP-Adresse. Ich gehe mal davon aus, die gleiche wie vorher. Genau, 64. So soll es auch sein. 192.168.0.64 Oh, Entschuldigung. forward slash admin. Login. Bekanntes Passwort. Meint mir bekanntes Passwort. Also da ist dann eures. Hat geklappt. Also die Konfiguration ist gerettet. Wir schauen uns rein unter Tools. Tailpire hole log. Und jetzt werden wir wahrscheinlich sehen, dass hier so einige Anfragen vorbeirauschen werden. Hoffentlich jedenfalls. Da ist es schon. Also Systeme konnektieren sich an ihn und stellen ihre Anfragen an diesen Piehole. Das bringt mich zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch was gebracht oder hat wenigstens Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn denen so war, lasst mir doch bitte ein Like da. Dann freue ich mich. Ich freue mich aber noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann am besten auch gleich auf die Glocke klicken, denn dann verpasst ihr auch keins von meinen zukünftigen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.